Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, bei Frankia im oberfränkischen Marktschorgast. Mein Name ist Konstantin Döhler und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie mit Frankia das Besondere erfahren können und was unsere Wohnmobile so einzigartig machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken und kommen Sie doch einfach mit. Wir haben dieses Jahr bei Frankia richtig was zu feiern und zwar unseren 60. Geburtstag. Und aus diesem Grund haben wir dieses Jahr den 1960 entwickelt. Ein auf 60 Stück limitiertes Sondermodell, um unser Jubiläum gebührend feiern zu können. Was macht den 1960 so besonders? Ganz klar, exklusives Außendesign nur für dieses Fahrzeug. Aber auch 7,90 Meter, 5,5 Tonnen Gesamtgewicht, 300 Liter Frischwasserkapazität, Automatik serienmäßig, Solarpaneele auf dem Dach, SAT serienmäßig und und und. All das exklusiv in diesem auf 60 Stück limitierten Sondermodell. Was gibt es Schöneres als einfach loszufahren? Und genau dafür ist der 1960 entwickelt worden. 35 Zentimeter Doppelboden, durchgängig, beheizt, eine Heckgarage mit 1,24 Meter Innenhöhe. Da passt alles rein und auch E-Bikes sind überhaupt kein Problem. Aber was gehört noch zu einfach losfahren? Dazu gehört, autark zu sein, auf nichts angewiesen zu sein. Und auch das hat der 1960. Basierend auf den Erfahrungen des Titan und auch des Platin haben wir auch für den 1960 ein Autarkie-Paket geschnürt, was speziell auf dieses Fahrzeug abgestimmt ist. Autarkie-Paket beim 1960 bedeutet, dass wir drei Solarpaneele auf dem Dach haben, zwei Lithium-Eisenphosphat-Batterien eingebaut, wir haben einen Wechselrichter, serienmäßig, wir haben einen Laderegler für die Solarmodule und all das computergesteuert, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen. Das bedeutet das Besondere erfahren. Autarkie ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt beim 1960 ist, dass Sie so angenehm und komfortabel wie möglich an Ihrem Urlaubsort ankommen. Deswegen haben wir die 9-Gang-Wandlerautomatik des Fiat Ducato serienmäßig verbaut. Auch 160 PS bei 5,5 Tonnen Gesamtgewicht sind im Paket enthalten. Ein großes Navigationssystem wird Ihnen auf allen Strecken den richtigen Weg weisen und die Rückfahrkamera mit Doppellinse ist auch serienmäßig mit dabei, sodass in allen Situationen die Übersicht ganz leicht bleibt. Es sich in exklusiven Ambiente einfach mal gut gehen lassen. Wer möchte das nicht? Und genau das haben wir im 1960 realisiert. Zum Beispiel mit exklusiven Wohnwelten. Unsere Sitze sind serienmäßig mit Echtleder in Kombination mit Mikrofaser bezogen. Immer mit den 1960-Emblemen. Als Holzart gibt es die Wahl zwischen einem dunklen und dem hier gezeigten Wispy White, dass es exklusiv nur in diesem Fahrzeug gibt. Der 1960 hat einen komplett überarbeiteten Eingangsbereich. Aufgrund dessen ist es uns gelungen, einen 32-Zoll-Fernseher so zu installieren, dass er, wenn man hineingeht ins Fahrzeug, kaum auffällt. Um einen gemütlichen Fernsehabend zu haben, ist der Umbau ganz leicht. Ich ziehe den Fernseher einfach raus, drehe um 90 Grad und genieße. Gutes Essen ist ein Lebensgefühl. Und gutes Kochen macht einfach Spaß. Dafür haben wir im 1960 bereits alles vorbereitet. Mit einer sehr großen, längs eingebauten Küche mit serienmäßig in die Arbeitsfläche eingelassenen Kocher. Die Küche bietet enorm viel Ablagemöglichkeiten und auch Stauraum für alle benötigten Kochutensiven. Das i-Tüpfelchen ist die neue, ausziehbare Glasvitrine von Frankia. Ein guter Tag startet mit einer richtig schönen, warmen Dusche. Bei 300 Liter Frischwasserkapazität serienmäßig ist das kein Problem. Und auch das neue, noch größere Frankia Wellness Bad hier im 1960 ist purer Luxus. Es bietet Ihnen deutlich mehr Bewegungsfreiheit und auch deutlich mehr Stauraum. Zum Beispiel im noch größeren Spiegelschrank oder den großen Stauraum unterhalb des Waschbeckens. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020